So, wir spielen eine Runde Bestchen. Eigentlich hätte ich ja vor Wurms zu spielen, aber es schmiert ja immer ständig ab. Ich habe ein bisschen mehr. 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 Ich habe ein bisschen mehr verloren. Ich habe ein bisschen mehr verloren. Damit bin ich nicht mehr. Die Zelandia wurde der größte Stadt in der Welt gegründet. In zwei Worten, Pointe-la-Maine. Wenn die Wilde niemals gegründet werden, wird es hier passieren. Aber jetzt, das größte Outpost nach der Stadt ist nichts, als eine Freakshow. Die Triggeren der Arme hatte die Platz in Lockdown. Die Triggeren der Arme hatte die Flucht. Die Triggeren könnte sich auch bei der Flucht wegnehmen. Die Flucht und die Flucht. Die Flucht sind sicherlich. Die Flucht sind sicherlich. Die Flucht sind sicherlich. Die Flucht sind sicherlich. Ah! Coin-Lomaine seemed better days for sure. But it ain't done. Oh ja. Oh. 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 Ich habe die Schütter in 5. Die große Räule von Point Lamein. Nicht nur ist es noch da, es noch funktioniert. Natürlich ist es nicht mehr in den Hüten, in den Hallowen und Spices. Aber ich kann das Kind leben. Es ist nur so lange, dass er die Probleme auf der Straße bleibt. Die große Räule, all grown over. Things of calamity chewed up and spat out. Things eager to take back their turf. ... sieignet nach einem Schwartig. Jetzt kommt es ein Grosus. Ich bin jemanden, nicht nur in der Schütter. Ich bin jemanden, nicht nur für einen guten Schütter. Ich bin jemanden. Der Schütter und der Schütter war bei uns. Sie müssen die Schütter in die Schütter in sehr viel Zeit geschlagen. Er hat einen Schütter unter und fragt, Das ist scheiße. Fancy footwork on the rail, with wallflowers, coffin fungus everywhere. There's no way to cure it off like that. Outro. Fult up. Das ist ein Scheißer. Wie war das? Der Ort hat sich geöffnet, aber jetzt ist es öffnet, wie ein roter Pinappel. Natürlich, die großen Räuel sehen viel mehr in den Bion-Times. Neer Island, 50 Jahre ago, erste Schatz wurde in der Ura-Seilandien Krieg. Ja, kann ich meine Machete wieder öffnen. Oh. Das ist eine wundervolle Höhe Reichweine. Sie ist einfach hier. Es war hier, dass Zulfs Ur-Forefathers entschieden hat, es zu mixen. Okay, so maybe we didn't get their sign-off on the whole Grand Rail. Das war schlecht. 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 Wir können auch etwas blinen. Weed out of those boots for days. Turns out he's got company up at the rail station waiting for him. Not just another Wallflower. Incussion, mind you. Oh, he's getting the right. He's getting the right. I'm not sure he's getting the right. I'm not sure. Turns out he's wrong. This is for you, says the man. Then wham. When Kid comes to, the man's long gone. But something else is there. The only words Kid recognizes on that parchment are for Zia. I don't know. Well, what's a kid to do? Yeah, yeah. He took the shard. He took the hit. And he took that note. That note cuts straight to the heart of things, don't it? Well, it must be good. Finding gourmet ingredients ain't easy these days. But we'll take what we can get. The note says it plain. Zia, go east to learn the truth about the calamity. And our people. I'll be waiting. Sincerely, Zulf. Zulf. Zulf's messenger was one of his people. Wondered just how many of them survived. And what exactly Zulf told him. It ain't too late to unlock the potential of this place. The memorial may be finished, but our part is far from over. The inspiration. A forge can fashion anything. The faith. Mother. This one's for you. This one's for you. Ah. Das war's, Mann. A solid frame can put an extra sting in every slice. His bow's looking lean and mean like a prize fighter. Takes a careful touch to rattle those bones like that. That's the way to make every shot count. Even the army never issued carbines in such fine shape. Yeah, no. Forever. Forever. We'll be right back. We'll be right back. Okay, da ist man hier. Kit arrives just in time to sample Zia's famous cooking. Und dann machen wir auf einem nächsten Video.